Hallo liebe Arcada Club-Mitglieder, herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Außer der Reihe wieder mal so ein paar Sachen, die hinter den Kulissen passieren, will ich ja wieder erzählen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, denn bei mir ist tatsächlich ein guter Morgen. Ich versuche, seit wir ja kein Museum mehr betreiben können, meinen Tagesablauf irgendwie zu strukturieren. Und morgens mache ich immer diese Videos. Jetzt sitze ich hier gerade, überlege, welches Video könnte ich als nächstes machen. Und witzigerweise das GarageBand-Video zum Musikmachen gestern, das kam bei euch ganz gut an. Ich habe zuerst gedacht, ich lösche das, nachdem ich gehört habe, was ich da komponiert habe. Das war so gruselig. Aber irgendwie habe ich gesagt, komm, lass es stehen. Es ist irgendwo auch witzig, diesen Mist da zu kreieren. Und so schlecht muss das gar nicht werden, wie ich das da gemacht habe. Und ich glaube, wir machen noch einen zweiten Teil. Wir beschäftigen uns tatsächlich nochmal mit diesem Programm, weil es gibt da wirklich so richtig tolle Sachen, mit denen man auch einfacher die Musik erstellen kann. Und es reicht ja wirklich, wenn man einfach, wir wollen ja keinen Kinofilm vertonen, sondern wenn man einfach so ein paar Sekunden zum Start eines Films mal mit einem eigenen Sound versehen kann oder diese Soundeffekte verwenden kann oder einfach nur so einen sphärischen Klang irgendwo drunter legt. Also dafür reichen die Programme absolut aus. Und ich finde, mehr braucht man auch so beim Videoschnitt jetzt erstmal nicht, wenn man das einfach so hobbymäßig betreibt. Also von der Seite her werde ich tatsächlich da nochmal rangehen. So, und jetzt ist man ganz verwundert. Ihr hört es vielleicht gerade, aber ich weiß nicht, ob es übers Mikrofon kam. Es fliegt ein Flugzeug mal über unser Haus, ganz selten. Normalerweise sind wir hier so in der Einflugschneise von Hamburg. Da kommen hier öfters Flieger entlang. Aber im Moment sind es so Privatjets, die hier so öfter verlangen fliegen, aber auch sehr wenige. Ja, Corona-Zeiten. Da sind wir wieder. Ich will heute kein Corona-Thema machen, aber interessant ist doch, dass die Maskenpflicht jetzt doch nicht kam. Da habe ich meine Wette dann doch verloren. Aber es gibt eben diese Empfehler. Und ein bisschen erschreckend finde ich, wenn man so Umfragen sieht. Ich habe mal hier eine von NTV eingeblendet, dass viele das auch nicht einsehen, so eine Maske zu tragen. Gestern war ich dann bei Lidl einkaufen und da hustet mir doch wirklich einer quer durchs Regal auf die andere Seite quasi entgegen. Und das fand ich unmöglich. Da habe ich mich richtig aufgeregt. Also da merkt man einfach, so manche Leute halten sich dann auch nicht mal die Hand vor den Mund. Und wobei man ja eigentlich in den Ellbogen husten soll. Aber es gibt Leute, die einfach null Anstand haben und da wirklich einfach nur so rausposaunen. Und deswegen fand ich diese Maskenpflicht eigentlich ganz nett. Das Schlimme ist, jetzt einige Städte und Gemeinden führen die Pflicht ein. Hanau hat das heute auch gemacht. Ich bin gespannt, welche noch nachziehen. Und das ist ja auch gruselig. Da fahrt ihr demnächst durch die Gegend und wisst gar nicht, ob in der Stadt, in der ihr gerade seid, die Maskenpflicht besteht oder nicht. Also da hätte ich mir was Einheitliches gewünscht. Aber gut, es gibt halt die Maske nicht in ausreichender Stückzahl. Das war vielleicht auch eine Entscheidung. Okay, ich trage eine nach wie vor. Bleibt dabei. Und ja, gestern freute ich mich dann, dass wir unser Museum wahrscheinlich wieder öffnen dürfen. Denn zuerst hieß es, dass nicht nur die Geschäfte bis 800 Quadratmeter aufmachen dürfen, sondern eben auch Museen und andere Sachen. Heute Morgen sieht das wohl anders aus. Museen sind davon ausgeschlossen worden. Das heißt also, weiterhin habe ich kein Geschäft. Sitze hier und mache den Arcada Club dann weiter. Das ist das Einzige, was mich in Anführungszeichen am Leben hält. Zumindest motiviert, hier was zu machen. Man braucht ja doch so einen täglichen Ablauf. Ja, es liegen noch spannende Themen hier in meiner Schublade. Gerrit's Band ist jetzt so aufgetaucht, weil ich wirklich gedacht habe, mit warum zeige ich das nicht mal, wie ich so die kleinen Trailer Musikstücke mache. Und jetzt gucken wir mal, was daraus wird. Aber wie gesagt, erhofft euch da keine Kurssehe drauf, die aus euch Musiker macht. Dafür reicht es nicht. Ja, aber wir gucken mal vielleicht noch so ein bisschen da rein. Das kann sein, dass ich da heute noch so ein Video zu mache. Aber ich habe noch andere spannende Themen. iMovie habt ihr euch auch gewünscht, einen Kurs dazu zu machen. Der ist auch im Hintergedanken schon in der Entwicklung. Aber dazu brauche ich auch noch ein paar Videomaterialien und muss mir da so ein paar Sachen zusammenschneiden. Das ist nämlich auch immer lustig, wenn man diese Videoproduktion hier macht. Ihr seht oft, ich benutze ja hier meine privaten iPhones und iPads. Und da sind natürlich auch firmeninterne Geschichten drauf und Fotos, die ich nicht in der Öffentlichkeit zeigen will. Und das ist immer doof, wenn man da so eine Auswahl zeigen will oder irgendwas zeigt, wie man in Kino ein Foto einfügt. Und plötzlich kommt so die halbe Familie ins Foto mit Fotos, wo man einfach auch die Freigabe nicht hat. Da müsste ich ja auch mal die anderen, die auf den Bildern sind, fragen, ob das geht. Also solche Bilder zeige ich gar nicht. Aber das muss ich mir dann auch so zusammenbauen, dass die dann nicht erscheinen in dieser Animation. Das ist ein bisschen Aufwand. Am Mac geht das, da kann ich mir einen anderen Account machen. Aber dann habe ich so einen leeren Account, da ist dann gar nichts. Da muss ich mir erstmal ein paar Bilder zusammensuchen, passen die zum Thema, bei iMovie dann was zum Filmen, habe ich da entsprechende Filme. Also da ist ein bisschen Vorbereitungszeit notwendig. Manchmal muss ich Sachen einfach auch ausblenden. Ihr seht das, dann gibt es so ein Milchenscreen. Manche Sachen sind nicht so relevant, dass ich sie ausblenden muss. Aber da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da eben nicht zu viel Privates zeigt oder eben Fotos von anderen Leuten. Also das ist so der Hintergrund, weshalb das immer ein bisschen Vorbereitungszeit dauert. Dann ein anderes spannendes Thema fand ich die digitalen Schulen. Das hört sich ja wirklich fantastisch an, die digitale Schule. Und dann wollte ich doch mal wissen, wie digital und wie toll ist denn diese Schule? Ich dachte halt, es werden da viele tolle Techniken genutzt. Zum Beispiel kann man ja mit FaceTime 32 Anrufe in eine Konferenz holen. Das wäre fast ein ganzer Klassenraum. Wobei das im Chaos endet wahrscheinlich. Aber ich dachte so, wenn ich eine Live-Sendung mache und bei YouTube dann so zeige, wie ich auf dem iPad was rummale, warum kann das nicht ein Lehrer auch verwenden und zeigt dann da eben in so einer virtuellen Tafel auf dem iPad den Unterricht. Oder wie gesagt, er macht eine Videokonferenz, geht ja ganz einfach mit Skype oder FaceTime und zeigt den Schülern, was man da so macht. Vielleicht auch unterteilt. Morgens von 8 bis 10 sind nur 10 Schüler aus der Klasse dran, dann die anderen. Also da hatte ich irgendwie eine Vorstellung und ich wusste nicht, ob das realistisch ist, ob man so den Unterricht überhaupt gestalten kann. Was für technische Mittel sind da eigentlich? Und dann habe ich mich mal die letzten Tage auf die Suche gemacht nach Schülern und habe die mal interviewt, wie das hier so abläuft in den unterschiedlichen Schulen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich fast vom Hocker gefallen. Das ist so erschreckend, dass mir da Angst und Bange wird. Also dieser Begriff digitale Schule, der klingt ganz toll, aber letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich blende es hier mal ein, arbeiten die so wie ich vor 30, 35 Jahren mit Computern. Nämlich so eine Art Mailbox, die haben Foren und da können sie Fragen stellen und können per E-Mail kommunizieren. Und dann denke ich mir einfach, wie will man so eine komplexe mathematische Formel, zu der man eine Frage hat, in einer E-Mail abbilden. Da muss man also ein Foto scannen und was nicht alles Mögliche machen. Das fand ich doch gruselig und dass da diese Medien, die wir alle zur Verfügung haben, überhaupt nicht zum Einsatz kommen. Also dieser virtuelle Unterricht, dass ein Lehrer einen Livestream bei YouTube startet und so und da was erklärt, der findet nicht statt. Und da kann es rechtliche Bedenken geben, da kann es auch technische Bedenken geben. Und da ist bei mir gerade die Überlegung, ob wir mal so ein spezielles Thema für das Erstellen von Lehrmaterial machen. Guck mal, mit Keynote machen wir tolle Animationen, da könnte man ja schon mal tolle Schaudiagramme machen. Das ist ein bisschen Arbeit, aber wenn man ehrlich ist, das geht doch relativ schnell. Aber es gibt mittlerweile auch fantastische Portale, die sowas zur Verfügung stellen. Ja und vielleicht muss ich auch mal erklären, wie man so einen Livestream aufsetzt. Also da bin ich gerade dran, da so ein Thema aufzuarbeiten, aber da gehe ich auch in so einen Bereich rein, wo ich leider überhaupt keine Ahnung habe. Und deswegen habe ich diese Interviews mit den Schülern geführt, um da mal ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was da so abläuft. Oft fühlen die sich so benachteiligt, dass sie jetzt ihr Abi machen müssen und gar nicht mehr zur Schule gehen können. Haben die Ängste? Gibt es da vielleicht wirklich eine Angst, jetzt auch in die Schule zu gehen und lenkt die so ab, dass man sein Abi nicht schreiben kann? Und das muss man durchaus ernst nehmen. Da gibt es solche Ängste dann durchaus. Gar nicht so sehr, dass die Schüler sich anstecken, sondern dass sie angesteckt werden und das mit nach Hause tragen. Und zu Hause sitzen dann die Familienangehörigen, die zur Risikogruppe gezählen. Also da gibt es viele Facetten und da habe ich also noch ein bisschen Lust drin rumzubohren und dann gucken wir mal, ob wir da ein Thema draus hinbekommen. Ich dachte, weil es so eine schöne Software gibt von Apple, iBook Author, die habe ich auch schon mal vorgestellt, mit der man Bücher erstellen kann. Da könnte man jetzt so toll die Keynote-Präsentationen einfügen, aber leider hat Apple da die Entwicklung irgendwie eingestellt. Es gibt kein aktuelles Update mehr. Die Keynote-Präsentationsfolien, die man gerade jetzt hier in unseren Kursen erstellt, die kann man da nicht einfügen. Sehr schade, weil diese Software, die ist wirklich toll und damit kann man Bücher erstellen. Dabei ist mir dann aber aufgefallen, dass man das mit Pages zum Beispiel auch machen kann. Da kann man Bücher erstellen, in denen Videos sind und andere Sachen. Vielleicht schauen wir uns auch das mal an, wie man in Pages solche Bücher erstellt. Aber das ist auch ein Riesenthema. Also ihr merkt so, neben der Videoproduktion gucke ich natürlich, dass ich Input bekomme und neue Videos produzieren kann. Ja, und daraus entstehen dann diese Kursseelen. Ich glaube, diese Garage-Band-Geschichte, die machen wir wirklich nochmal. Also wir nehmen das wirklich nicht zu ernst. Da klimper ich mir was zusammen und das war gestern so schaurig. Ich hatte davor wirklich stundenlang geübt und wirklich tolle Tracks hinbekommen. Klang alles eigentlich gut. Und dann dachte ich, so komm, jetzt machst du das irgendwie, nimmst du mal so ein Video auf, das gelingt dir nochmal. Und dann kommt da so ein Mist bei raus. Das klang so schlecht. Also naja, egal. Also da schmunzle ich und lache mich hier auch selber kaputt. So ist das halt. Ja, ihr Lieben, das war nochmal so ein kleines Update, bevor ich jetzt die Videoproduktion starte. Normalerweise mache ich das immer danach, aber jetzt habe ich heute Morgen mal Lust gehabt, das in der Reihenfolge zu machen. Dann bleibt mal weiterhin alle gesund und munter. Ich halte euch immer auf dem Laufenden, was so an lustigen Sachen passiert. Und weiterhin viel Spaß im Arcada Club.